... So... Soll ich mich hinterher springen? Nicht von mir vor. Nix. Mal auf, nur Lappen! Jetzt... Jetzt ist dein Run. Ich muss den Tritzer... ich hab mich es nicht liebe Zuschauer, wie kann man denn hier durchfallen? Du hast ein Gamebot draus oder das nervt mich? Ich wohne wo zum Boxen Nein, du Boxen! Ja, da ist der einzige Crash-Stormi hier Ach so, trenne ich heute gegen die Ecke ran! LOL LOL So kann man es aufhaken LOL, das muss ich nur mitmachen zu machen LOL So klappt es Ist alles so nett Er geht doch nur nicht zu Boxen, Alter Soll ja alles drum sein LOL Der andere baut den Scheiß da ab, Alter Ooooooooh Schick dich Oh, jetzt hast du einen Block Ne Ne Mein Block Ich kann es mir Na ja, dann mach mal Let's go Ja Jawoll Ich stand drauf Was hast du gesehen? Ich will mich da wieder hoch Hop hop Auf 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 Was denn? Ich will mich da wieder hoch, ich war da oben Ich war da gestanden Nächster Oh, Mann Ah, nicht anbottet Das war der Penis da hinten Das war der Penis da hinten So kaputt nicht Wow, das wird rübergeboxt Oha, voll weit Jawoll Ja Oh Gott Ich hab's nach drei Jahren geschafft Ojo, 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 hui Oha, ich hab immer noch das Hochsprung Ich überspringe einfach mal Oh, das hab ich vorhin gesagt Loll Ah, da geh ich jetzt nicht rein Da will ich nicht hin What the fuck? Give him slowness Ja Ja Deswegen bin ich da nicht draufgegangen Das kannte ich noch Echt? Ja Ach, Jumpboost, ich bin jetzt da drüber gesprungen Hoi Hoi Oh Gott, ist das scheiße Party, halt, warte mal Halt, warte mal Pazaa Nee, nee, pass auf Ich wollte grad fragen, ob... Woll grad vorschlagen, ob wir jetzt eine Pause machen Dann Und daaaann Nix, und dann eine... Pause Oh, fuck Da ist der Kiste, da ist der Kiste Nein, da ist keine Kiste Oh, ist ne Kiste Und dann... Da ist der Kiste, der Kiste... LOL, wo muss man denn hinspringen Da ist der Kiste, der Kiste Da ist keine Weiß, hab ich grad schon geschwampt Nee, das wusste ich auch Ich hab's doch schon voll zerstört, oder so Äh... 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 Keine Antwort Fuck Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo falsch Was passiert jetzt? Keine Ahnung Ich kann ja nicht Slashkill machen Dann muss wieder von ganz weit vorne nicht anfangen Nix da Sagt gerade Rechte Du weißt, ich hab noch eins frei Naja Hast du selber gesagt? Weiß noch? Weiß noch? Ha? 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 Hast du das selber ausgenutzt gehabt? Nein Ich hab das damals von vorne gestartet Äh, heh, 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 heh Kann man es cheaten? Nein Ich hab... Ach, natürlich kann man es cheaten Nein, ja, nein Das grad... Ja, das schon, weil du sagst, ich hab noch einen frei Boah, leg mir die Eier, wie ich diesen Scheiß-Sprung da nicht hinbekomme Pfff Pfff Alles klar Läuft Hier und Schwein Aha Ja, das weiß ich Danke Scheiße Ich muss nur angedeutet haben Okay Uah! Aua! Bist du jetzt auch da unten? Ja Da mach Slashkill Weil du hast keinen frei Wo bist du jetzt? Hier? Du hast gecheatet Nö Loll, kann man da hochlaufen? Nö Loll, kann man von da aus starten? Nein! Also von da, ja! Hab ich ja vorhin gesagt Und dann cheaten können Hey, wo bist du da hochgelaufen, bitte? War ein App-Block Komischerweise Wo denn? Oh, lol Ah Das hast du gemacht Nein? Das war schon so Geil Nun! Och, komm jetzt! So 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 Und 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 ein paar Ländchen Händler die wird sagen wir machen hier mit und 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 man würde ich mal sagen was ist hier mit dieser eigentlich riesigen Aufnahmen setzen das ist besser ich bin nicht mehr der Kumpel schlicht nicht mehr und das Wasser er kommt ja ich habe erde das ist die Kiste welcher werden was wird immer gemacht wird hier Ende damit bei uns also ich sag mal drei Stunden 20 aufnehmen und schon fertig mit Orten das ist so ein Jetzt kackt dein Internet wieder ab, oder? Ne, meins kackt ab. Echt? Doch. Doch. Aber das stimmt nicht. Egal, ähm. Oha, das ist tatsächlich ja total schrecklich gern. So geil. We can't eat. We can't eat. We can't eat. We can't eat. Okay, das hängt jetzt bei mir. Ja. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss mit dieser, wie gesagt, riesen Aufnahmesession. Wir sehen uns dann. Ich sag lieber nichts mehr, weil man versteht dich sowieso nicht. Okay, guck mal. Und dann sehen wir uns hier, genau an der Stelle, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Minecraft Adventure Map. Bis dahin, tschüss. Also, auf das mal sind Zeit entfernt. Tschüss. Die Chance pis je weiterentwickelt. Da glaube ich selber es gutMost mehr schrecklich. Und dann то, woanders muss doch Airport gehen kann. Vielen Dank.